Gute Nachrichten für blinde Menschen. Eine dänische Firma hat eine App entwickelt, die mit Hilfe der künstlichen Intelligenz des Chat-Roboters ChatGBT blinden und sehbehinderten Menschen genaue Informationen über Dinge gibt, die sie nicht sehen können. Es gibt viele Situationen, wie wenn ich kooken, und ich habe einen Tenten, speziell. Tenten und Tenten mit Foodstuffen kann es sehr schwer zu achten, was in es ist. Natürlich kann man sich das, aber es könnte coconut milk sein oder es könnte ich nicht sagen. Ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten, wo das könnte gehen. Der Textroboter ChatGBT sorgt seit Wochen weltweit für großes Aufsehen. Entwickelt wurde es vom Start-up-Unternehmen OpenAI. Zuletzt wurde ChatGBT wegen Datenschutzbedenken in Italien gesperrt.